Studieren im Herzen Europas. Wo das geht? Na, bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz. In unserem Podcast informieren wir dich über unser Studienangebot. Dafür haben wir uns Studierende, Alumni und Lernende eingeladen. Komm mit auf die Reise durch den Studiengangsdschungel und lass dich inspirieren. Schön, dass du eingeschalten hast. Wir sitzen jetzt heute zusammen für einen neuen Studiengang, der bei uns das erste Mal im Wintersemester 2024-2025 immatrikuliert werden wird, nämlich die nachhaltige Betriebswirtschaft. Und dazu haben wir einen Gast heute wieder hier. Bitte stellen Sie sich vor. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jörg Groschel. Ich bin Professor für Rechnungswesen und Unternehmensbesteuerung an der HSZG und zurzeit bin ich auch noch Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen. Und in dieser Funktion war ich dann auch daran beteiligt, den Studiengang Nachhaltige Betriebswirtschaft an unserer Hochschule einzuführen und zu konzeptionieren. Wie kam es denn dazu, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt einen neuen Studiengang? Woher kam die Idee? Wir möchten jungen Menschen, die sich für Wirtschaft interessieren, für die aber zugleich eine nachhaltige und ressourcenschonende Lebensweise wichtig ist, eine Alternative zu dem bisherigen, zu dem traditionellen BWL-Studium geben. Bisher gibt es diesen besonderen nachhaltigen Fokus bei uns eher bei den naturwissenschaftlichen Studiengängen, also zum Beispiel den Studiengang Ökologie und Umweltschutz. Aber es ist natürlich genauso wichtig, sich dieser Thematik nicht nur von der naturwissenschaftlichen Seite zu nähern, sondern auch als Betriebswirt im Unternehmen auf eine nachhaltige Unternehmensführung wertzulegen. Es hält sich ja so, dass das Vorurteil, die Betriebswirte, das sind alles so die gierigen Profitmaximierer, denen die Zukunft des Planeten völlig schnuppe ist. Das ist natürlich nicht so. Jedes Unternehmen, das am Markt erfolgreich sein will, muss natürlich heutzutage einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Ansatz verfolgen. Das kennen wir alle. Bei Umweltsündern kauft man nicht ein. Man nutzt keine Plastiktüten mehr, man achtet auf Bio, man kauft vielleicht kein neues Dieselauto mehr. Also Wirtschaft und Nachhaltigkeit, das ist eben kein Gegensatz. Und das wollen wir mit diesen Studien ganz besonders deutlich machen. Ja, das stimmt tatsächlich, dass Nachhaltigkeit in aller Munde ist und irgendwo jetzt immer wieder seinen Platz findet. Aber was ist denn Nachhaltigkeit überhaupt? Traditionell, auch in der Wissenschaft, unterscheidet man drei Säulen der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, nämlich die ökologische, die ökonomische und die soziale. Und natürlich muss ein Unternehmen alle diese drei Säulen zugleich berücksichtigen. Und was steckt genau hinter diesen drei Säulen? Was kann man sich darunter vorstellen? Zum Ersten, die ökologische Säule bezieht sich natürlich auf die Umwelt. Ressourcenschonende Produktion, Verwendung nachhaltiger Rohstoffe, Verwendung regenerativer Energiequellen und so weiter. Die soziale Säule hat zum Beispiel im Zusammenhang mit nachhaltigen Lieferketten Bedeutung. Unternehmen müssen darauf achten, keine Rohstoffe aus Entwicklungsländern zu kaufen, die mit Hilfe von Kinderarbeit hergestellt worden sind. Und schließlich das Dritte, die ökonomische Säule. Unternehmen dürfen nicht nur den laufenden Gewinn maximieren, sondern müssen natürlich auch Geld investieren, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Ein Beispiel, wenn man den eigenen Mitarbeitern zum Beispiel nur Mindestlohn zahlt, dann maximiert das vielleicht kurzfristig den Gewinn. Langfristig wird der Schuss aber wahrscheinlich nach hinten losgehen. Mitarbeiter sind unzufrieden. Gute Mitarbeiter werden lieber zur Konkurrenz gehen. Man wird mit hoher Fluktuation zu kämpfen haben. Ständig müssen neue Mitarbeiter eingearbeitet werden und so weiter. Zu geringe Löhne können also nicht nur für den einzelnen Mitarbeiter schlecht sein, sondern auch für das Unternehmen insgesamt. Ja, und könnte, also man könnte quasi sagen, dass die Einhaltung von diesen drei Säulen noch nicht überall optimal funktioniert. Und das zum Beispiel ein Grund sein könnte, warum man diesen Studiengang? Genau. Die Unternehmen, die haben natürlich Bedarf da. Also das ist in aller Munde, wie Sie sagen, aber die Unternehmen haben den Bedarf, sich da auch fortzuentwickeln und entsprechende Modelle einzuführen. Ja. Dann beschreiben Sie doch bitte mal den Studiengang nachhaltige Betriebswirtschaft. Worum geht es da? Ich fange vielleicht mal einfach damit an, worum es gerade nicht geht. Wir wollen keine hochspezialisierten Nachhaltigkeitsmanager ausbilden. Die werden eher bei den großen internationalen Konzernen, bei den DAX-Unternehmen benötigt. Die haben wir hier in der Region leider nicht. Die Oberlausitz ist eher geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und die brauchen breit aufgestellte Betriebswirte, die sich in allen Kernbereichen der BWL auskennen. Im Marketing, im Rechnungswesen, im Controlling, im Steuerbereich, im Personalbereich und so weiter. Und genau die wollen wir ausbilden. Betriebswirte mit einem breiten Grundlagenwissen in allen Kernbereichen der BWL. Die also im Unternehmen in ganz unterschiedlichen Abteilungen, in allen kaufmännischen Abteilungen arbeiten können. Sei es wieder Controlling, Rechnungswesen, Personal und so weiter. Die aber andererseits auch gelernt haben, bei allen Entscheidungen, die im Unternehmen zu treffen sind, immer auf Fragen der Nachhaltigkeit mitzudenken. Deshalb zieht sich eben Nachhaltigkeit wie ein roter Faden quasi durch ganz viele Veranstaltungen des Studiums. Und diese kleinen mittelständischen Unternehmen, die Sie gerade angesprochen haben, die gibt es ja eben nicht nur in unserer Region. Also man bildet quasi an der Hochschule Zittergölz nicht nur für die Region aus. Nee, natürlich nicht. Das wäre wirklich etwas sehr, sehr, sehr kurz gedacht. Ja, die gibt es überall. Der ist ganz neu, der Studiengang. Sie haben es gerade gesagt, haben natürlich auch geschaut, was braucht es da am Markt. Wie geht man denn bei der Entwicklung von einem neuen Studiengang vor? Oder wie haben Sie das gemacht? Also hier bei diesem Studiengang Nachhaltige Betriebswirtschaft war natürlich Ausgangspunkt der traditionelle Studiengang Betriebswirtschaft, den wir auch nach wie vor immer noch anbieten. Für die nachhaltige Betriebswirtschaft haben wir diesen Studiengang nun in verschiedener, in zweierlei Hinsicht modifiziert. Zum einen haben wir in einer ganzen Reihe von Lehrveranstaltungen den Fokus Richtung Nachhaltigkeit verändert. So wurde beispielsweise aus dem Modul Marketing das Modul Nachhaltiges Marketing im digitalen Zeitalter. In das Modul Betriebliche Steuerlehre, das ich mache, wurde ein Teilbereich Umweltsteuern aufgenommen. In das Modul Volkswirtschaftslehre wurde Wirtschaftsethik mit aufgenommen und so weiter. So wurde eine ganze Reihe von Modulen etwas geschärft in Richtung Nachhaltigkeit. Und zum anderen, der zweite Punkt, haben wir eine ganze Reihe von neuen Modulen aufgenommen, die sich ganz konkret mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Zum Beispiel die Module Nachhaltige Unternehmensführung, Umwelt- und Klimaschutzrecht, Nachhaltiges Projektmanagement. Und Bestandteil des Studiums ist zudem auch ein nachhaltiges Praxisprojekt, in dem die Studierenden zusammen mit einem Unternehmen überlegen, wie man dieses eine konkrete Unternehmen nachhaltiger machen kann. Ja, also tatsächlich auch sehr praxisbezogen könnte man sagen. Also im echten Fall. Können Sie vielleicht, Sie haben ja gerade diese paar Module, die da, oder nicht diese paar Module, sondern einige der Module, die eben angepasst wurden, die haben Sie gerade angesprochen. Könnten Sie kurz anschneiden, was da den Unterschied dann macht? Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie es vielleicht für Ihr eigenes Modul, Sie sagten, die betriebliche Steuerlehre, die hat den Teilbereich Umweltsteuern da mit drin. Was genau schaut man sich da an? Oder was ist anders? Der Fokus ist anders. Also bisher mache ich im Bereich betriebliche Steuerlehre eben die Steuern, die Unternehmen zu zahlen haben. Die Körperschaftssteuer, die Gewerbesteuer, die Einkommenssteuer bei natürlichen Personen. Darauf ist der Fokus. Der bleibt, erhalten wird, aber ergänzt beispielsweise um Energiesteuern, die Unternehmen auch zu zahlen haben. Ja, auf jeden Fall. Kann man sich ja nicht aussuchen. Ganz relevant sind. Ja, also das wäre ja ein Frevel, wenn man es nicht mit drin hätte und nicht mit bedenken müsste. Das ist ja wie dieses, nach dem... Wir haben ja in jedem Studiengang immer das Problem, wir könnten noch tausend andere Dinge tun, die auch relevant sind in der Praxis. Das geht nicht. Also es werden immer in jedem Studiengang Präferenzen gelegt und Schwerpunkte gelegt werden müssen. Der Studierende wird damit für die Praxis vorbereitet, aber es bleibt immer noch was, was man auch in der Praxis lernen muss und wie man sich weiterbilden muss. Das können wir in sechs oder hier sieben Semestern einfach nicht leisten, dass wir alles, was in der Praxis theoretisch mal möglich sein könnte, relevant sein könnte, dass wir alles lehren. Man kann also nur den Fokus so legen, dass alles, was für den konkreten Studiengang für relevant gehalten wird, möglichst abgehandelt wird. Ja, okay. Und in dem Fall eben die Nachhaltigkeit. Ja. Umweltsteuern natürlich in diesen Studiengang rein. Im normalen Betriebswirtschaftsstudium könnte man den Fokus ein klein wenig anders legen. Ja, okay. Okay. Und Sie haben gerade den Fokus schon angesprochen. Welche Möglichkeiten hat man denn als Studierender von diesem Studiengang, sich während des Studiums zu spezialisieren? Das Grundstudium, das sind die ersten vier Semester, das ist erstmal für alle Studierenden gleich. Da werden die Grundlagen gelegt in den betriebswirtschaftlichen Kernfächern, also Rechnungswesen, Investitionen und Finanzierung, Marketing, Personal und so weiter. Aber auch in Hilfswissenschaften, nenne ich sie mal, wie Mathematik, Recht oder Statistik. Dann im fünften und sechsten Semester wählt der Studierende zwei Vertiefungsrichtungen aus einem Katalog von sechs Vertiefungsrichtungen. Also wir bieten an als Vertiefungsrichtungen Rechnungswesen und Steuern, Finanzwirtschaft, Controlling nachhaltiger Unternehmen, nachhaltiges Marketing, Führung und Personal und Regionalmanagement. Und nach den ersten vier Semestern Grundstudium, da weiß der Studierende ja, was ihm besonders Spaß macht und kann dann aus diesen sechs eben zwei auswählen und damit dann auch schon die Richtung für den künftigen Beruf vorgeben. Und der hat dann quasi verschiedene Module zu diesen zwei Vertiefungsrichtungen? Genau, jede Vertiefungsrichtung besteht ihrerseits wieder aus drei Modulen. Ja, okay. Viele Studienbewerber, die in Richtung Betriebswirtschaft gehen wollen, die haben ja einen großen Respekt vor der Mathematik, die dann natürlich unweigerlich ihre Rolle spielt. Wie sieht es denn in diesem Studiengang aus? Ja, also die Angst, die ist eigentlich unberechtigt. Also ich habe gerade erst mit einem meiner BWL-Studierenden gesprochen und der sagte, er hatte im Abi acht Punkte in Mathe, hat dann aber beide Mathemodule bei uns mit 1-0 bestanden. Also man muss keine Angst vor Mathe haben. Also man muss keine 14 Punkte im Mathe-LK gehabt haben, um dann im BWL-Studium mitzukommen. Normale Grundkurskenntnisse reichen da völlig aus. Und wer da noch Bedenken hat, der kann zu den Vorkursen gehen, die wir immer im September vor Beginn des ersten Semesters anbieten. Da wird man dann nochmal ganz besonders fit fürs Studium gemacht. Ja, und noch dazu macht man ja im Studium die Mathematik auch nochmal mit einem anderen Fokus. Also man, wir haben es gerade schon gesagt, es ist praxisbezogen. Also man macht das an echten Fällen. Zum Beispiel guckt man an einer Firma, wie läuft es da, was braucht die und bearbeitet das. Da versteht man einiges, finde ich, auch noch ganz viel leichter. Genau, Mathematik ist natürlich schon Theorie. Das lässt sich auch nicht ganz vermeiden. Aber es werden konkrete Modelle gelehrt, wie bestimmte betriebswirtschaftliche Probleme dann auch in der Praxis gelöst werden können. Ja, man weiß dann, wofür man es braucht. Sollte denn ein Studienbewerber für diesen Studiengang irgendwas ganz Konkretes mitbringen? Gibt es irgendwelche Zulassungsvoraussetzungen? Zulassungsvoraussetzungen gibt es nicht. Also ein NC, das meinen Sie jetzt wahrscheinlich. Also es gibt keine Mindestnote im Abitur, die man haben muss oder so. Also vor allem sollte der Bewerber motiviert sein und Spaß an wirtschaftlichen Sachverhalten haben. Und jetzt speziell hier für den Nachhaltigkeitsfokus, er oder sie sollte motiviert sein, die Welt durch das eigene Handeln immer ein klein wenig besser zu machen. Er sollte Ideen haben, immer wieder aus neuen Blickwinkeln auf Problemstellungen zugehen. Natürlich sich auch selber immer wieder hinterfragen. Spaß in Kommunikation mit Menschen haben. Das ist das eigentlich, was BWL, was Betriebswirtschaft ausmacht. Wer nur irgendwelche Prüfungen bestehen will und irgendwie mit 4.0 durchs Studium kommen will, der ist an der Hochschule generell, jetzt ganz unabhängig vom Studienfach, der ist an der Hochschule nicht richtig. Es fällt auch gar nicht so leicht. Wir haben ja diese kleinen Studierendengruppen, die es natürlich ganz toll machen und intensiv machen können, das Studium. Aber kann man auch nicht so leicht unterm Radar schliegen. Der Professor merkt schon, wenn der eine oder andere Studierende mal nicht da ist. Das ist dann durchaus auch mal der Nachteil von kleinen Gruppen. Ja. Sollten jetzt noch Fragen offen geblieben sein, dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit, auf unserer Webseite hszg.de die Studiengangswebseite von der nachhaltigen Betriebswirtschaft aufzurufen. Dort findet ihr viele weitere Informationen, unter anderem auch den Kontakt vom Professor Kassack, das ist der Fachstudienberatende zu diesem Studiengang, und unsere WhatsApp-Nummer. An beiden Stellen könnt ihr jederzeit jede Frage loswerden. Auch an stud.info.hszg.de könnt ihr zu jeder Zeit eine Mail schicken und erreicht damit unsere zentrale Studienberatung. Ich danke euch fürs Einschalten. Ihnen danke ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, vorbeizukommen und uns über diesen spannenden neuen Studiengang zu erzählen. Und ja, dann vielleicht bis ganz bald an der HSZG. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.